Hallöchen Leute und herzlich willkommen zum Xur-Review am Freitag, am letzten Tag im Juli. Und dabei ist natürlich mal wieder der Angelus. Jo, Mahlzeit, moin moin. Okay, so hier steht der Gute im Riff mal wieder nach ewig langer Zeit. Guckt mich an, steht da so alleine in schwarz. Und wir schauen uns an, was er dabei hat und erzählen ein bisschen was dazu. Und er hat nur Sachen aus dem Hauptspiel da bis auf die Wall-O-Handschuhe. Gab es auch schon eine ganze Weile nicht mehr. Und mal wieder einen Helm im Gramm. Aber wir fangen erstmal an mit den Titan-Handschuhen. Kein Plan B, also Plan C. Irgendwie sowas. Ja, da wird der B-Plan übersprungen. Und dann kann man leicht zu C greifen. Nö, kein Plan B. Habe ich nie wirklich benutzt. Also ich habe sie auf jeden Fall schon öfters gehabt. Aber fand ich das nicht so. Also ich habe im PvP, wie gesagt, wenn ich da den Titan gespielt habe, weniger den Verteidiger gespielt. Ja, gut. Ich habe immer mal wieder. Aber nicht so extrem auf Machtbarriere, sondern mehr über das Benutzen von der Bubble. Da habe ich versucht, über die exotischen Rüstungsteile meine Vorteile rauszuziehen. Oder das ein bisschen zu verbessern. Kein Plan B ist auch nie so ein Item gewesen, was ich jetzt persönlich sehr gerne benutzt habe. Oder gesagt habe, okay, das muss ich haben mit der erhöhten Dauer der Machtbarriere. Das hat mit Sicherheit hier und da schon sehr spezielle Einsatzgebiete, wo das mit Sicherheit sehr effektiv sein kann. Aber persönlich nie dazu gegriffen. Ja, ich glaube, man müsste sein Bild dann komplett anpassen. Also dass da die ganzen Passiven von der Machtbarriere noch so anpassen, dass es richtig funktioniert. Also hier wird ja auch nochmal die Dauer erhöht. Und ich glaube, eine Passive von Titan an sich verlängert, glaube ich, auch nochmal die Dauer, oder? Oder füllt das immer wieder auf? Genau, so war das. Und dann erhöht das Angriffstempo. Ja, müsste man, wenn, nochmal ausführlich ausprobieren, ob es was bringt und ob es effektiv ist, ist die Frage. Genau, genau. Also ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt nicht unglaublich schlecht sind oder so. Nur, ich weiß nicht. Ich muss ja immer, es geht ja immer, also wir betrachten diese Dinge immer unter dem Gesichtspunkt. Lohnt es sich dafür, einen Exoslot zu verwenden oder nicht? Und in ganz vielen Fällen habe ich mir persönlich gedacht, nee, weil dann muss ich meinen Spielstil nicht anpassen. Dann muss ich das Bild nicht extra umstellen, anpassen. Bei ein paar richtig geilen Sachen, dann mache ich das ganz gerne. Aber die Teilplan B, die waren meiner Meinung nach nie so ein Item, wo ich gedacht habe, da lohnt sich das. Dass ich das alles umstelle und meine Spielstil anpasse, damit ich mit denen ganz effektiv bin. Weil die Machtbarriere, ja, ist jetzt ja nicht so, als könnte ich dann den Gegner reinrennen und alle wegplätten, nur wegen der Machtbarriere. Nee, nicht wirklich. Wie gesagt, wie du eben schon gesagt hast, man muss wirklich andere exotische Items damit vergleichen und dann abschätzen, was besser ist oder was einen mehr bringt. Und wenn man dann selbst als Verteidiger-Titan ins PvP gibt, kann man noch den Helm des 14. Heiligen nehmen, um die Gegner zu blenden. Das ist immer ganz lustig, wenn die reinlaufen. Oder einfach eine Heilrüstung, um zwei Granaten zu haben. Als Verteidiger kannst du denen dann zwei Sticky-Ganaten daran heften. Genau. Finde ich jetzt im PvP viel besser oder leichter an Kills zu kommen, als jetzt mit den Handschuhen hier. Ja. Definitiv. Also das war auch immer so der Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, ich benutze die nicht. Aber ich bin mir gar nicht so bewusst, dass das ein Hauptspiel-Item ist. Ich hatte immer im Kopf, dass das ein DLC-1-Item ist. Das war einer der ersten exotischen, die ich überhaupt auch so gesehen habe. So genau wie mit den Sonnenbrecher-Handschuhen. Da gehörten die auch dazu. Da hat man im Turm dann schon die ersten Titanen rumstehen sehen mit ihren lila Armen. Dann hast du dich immer gefragt, was haben die denn für lila Arme? Und dann hast du die schon gesehen. Ja, ich habe das nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Aber gut, von uns keine direkte Kaufempfehlung. Wenn ihr meint, dass ihr mit denen ganz gut umgehen könnt oder dass die vielleicht genau in euren Spielstil reinpassen, dann könnt ihr euch die zulegen. Wie gesagt, mit Sicherheit die ein oder andere Möglichkeit, die sehr, sehr effektiv zu benutzen. Für unseren Spielstil passt es aber in der Regel eigentlich nicht. Und deswegen geht es erstmal weiter zum Jägerhelm. Jägerhelm, der Schwachkopf-Radar. Ja, mehr Nahkampfenergie durch Granatentreffer, mehr Superenergie durch Lichthüter-Kills und das Radar bleibt beim Zielen mit Priverwachen sichtbar. Stärke 106. Ja. Gar nicht mal so urteilen, es geht so. Es geht so. Mehr Superenergie durch Nichthüter-Kills ist natürlich erstmal nur eine Eigenschaft, die fürs PvE gedacht ist. Mhm, ja. Ja. Das ist, äh, naja, Care-Shot brauchst du im PvP nicht. Nein. Ich hab, ich hab, ähm, ich glaub auch hier ist es wieder so ein Item, wo du den je nach Situation, Waffe, äh, ganz gut benutzen kannst. Äh, keinen an außerhalb. Da wirkt der, da wirkt der ja trotzdem, ne? Oder er riecht mich gerade? Ne, da wirkt der trotzdem, ne? Ja, der zählt ja als Primärwaffe dann. Ja, der zählt als Primärwaffe. Ähm, das ist eigentlich ganz lustig, weil du eigentlich die Waffe, wo ich sag mal, um ein bisschen effektiver mit ihr zu spielen, musst du nicht diesen, äh, Helm benutzen, klar. Ja, aber, äh, als ich mal eine Runde das ausgetestet hab, ist es mir deutlich leichter gefallen, als ich ständig den Radar anhatte und sehen konnte, okay, da kommen Gegner her. Ja, und dann war ich ein bisschen ruhiger beim, beim Aiming. Ja, man behält einfach, man behält einfach die Übersicht ein bisschen mehr, ähm, im BVP, wenn man, ja, wenn man da reglos, sag ich mal, erstmal ein bisschen rumsteht mit dem Sniper und sich daran gewöhnen will, behält man hiermit einfach die Übersicht dann, wenn das Radar aktiv ist. Allerdings, ähm, muss man mittlerweile auch schon mal gucken, ob der überhaupt noch so großartig notwendig ist, da ja viele neue Waffen jetzt auch gerade mit Hauser Wölfe dazugekommen sind, die alle dieses Radar sowieso aktiv haben, wenn man auch die Osiris-Waffen anschaut. Genau, genau, die Serbote zum Beispiel, da bleibt das Ding die ganze Zeit aktiv, ja, und, ähm, da brauchst du den Helm nicht, da hast du schon eine Primärwaffe, wo das die ganze Zeit aktiv ist, und ist nicht unbedingt notwendig. Ich mochte den Helm aber eigentlich immer ganz gerne, ich weiß gar nicht warum, hat irgendwie was mit dem komischen Ding, was da vorne da sich bewegt, das digitale. Ja, wie bei Deadshot, ja, das Auge. Genau. Ist auf jeden Fall, ich hab ihn stellenweise ganz gerne benutzt. Also, ähm, auch hier nicht unbedingt so eine richtige Kaufempfehlung, also man braucht das nicht unbedingt, dass du ständig den Radar aktiv haben musst. Äh, wir haben ja auch mal in einem Destiny Talk darüber gesprochen, ist das ein wirklich tolles Perk, brauchst du das unbedingt, das ist nett, wenn man es hat, man ist es aber kein, kein, äh, man muss es nicht unbedingt haben, um gut spielen zu können. Ja. Und wer rennt im PvP schon die ganze Zeit mit angehobener Waffe rum und zielt die ganze Zeit? Ja. Einmal kurz L2 drücken, um den Radar, äh, also loslassen beim Zielen, um den Radar wieder aufzurufen, wenn du irgendwo gerade einen Gang runter guckst, dann siehst du wieder, okay, kommt der Gegner, kommen da nicht Gegner. Und, ja, beziehungsweise einmal kurz den Anstack nehmen, da ist der Radar nur kurzzeitig weg und dann siehst du, hast du den eigentlich auch immer, immer sichtbar. Und lennt kannst du nicht die ganze Zeit mit der Waffe hier zielend rum. Von daher, wenn ihr meint, ihr braucht's, dann, äh, kauft euch den Helm, ansonsten, kauft ihr am besten nicht und spart euch die Münzen. Genau, ja. Das war ja, war ja ein, ein Thema bei uns im Destiny Talk mit Nexus, haben wir da über PvP gesprochen, das war die Folge. Genau, genau, genau. Ja. Okay, die, äh, die Klauen des Ahamkara, Warlock-Handschuhe, DLC-1-Items, Disziplin und Stärke und, äh, gewinnt zusätzliche Ladung für alle Warlock-Nahkampf-Attacken und schnelles Nachladen mit Spezialwaffen, erhöht das Nachkampfangrüstempo. Was meinst du? Ich find die gar nicht so schlecht, man muss ja, äh, abwägen, dass der, dass der Warlock-Nahkampf-Angriff, ähm, zu, 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 zu den stärkeren Angriffen im Spiel gehört, was die Nahkampf angeht, weil der halt auch so eine Riesen-Reichweite hat. Oh ja. Dann nehmen wir, nehmen wir mal das, das Wurfmesser jetzt nicht, nicht dazu, das ist, zählt zwar auch als Nahkampf-Slot, aber jetzt. Ja, aber du kannst das nicht spammen, du kannst nicht zweimal Nahkampf machen, es sei denn, du hast zwei Wurfmesser, aber. Ja. Irgendwann bist du, hast du keine Wurfmesser mehr, aber der Warlock-Nahkampf hat immer nach, was weiß ich, wie viele Attacken, immer noch die gleiche Reichweite. Genau, das, ja, genau, ja, so sollte man ja noch erwähnen, nicht, dass hier einer kommt, das Wurfmesser hat aber eine viel größere Reichweite, also, was normal Schlagen angeht, sagen wir es einfach mal. Genau, nach 100 Schlägen ist die Reichweite vom, vom Warlock-Nahkampf immer noch höher, im Schnitt. Ja. Und da könnte man dann vielleicht auch schon Spaß mit haben. Selbst wenn man, ähm, auf Erleuchten spielt, hat man damit zwei Nahkampf-Aufladungen und das sind zwei One-Hits hintereinander. Genau, das ist schon, ich glaube, Nexus spielt auch sehr, sehr gerne mit den Clown des Ahamkara, kann ich nicht, oder irre ich mich? Der hat sowas erwähnt, ne, dass er da wegen des Warlocks mit Erleuchten, und dann spielt er sehr, sehr gerne damit. Also, das Ding ist hier, auch mit dem erhöhten Nahkampf-Angriffstempo, das passt alles sehr, sehr gut zusammen, hat noch ein bisschen auf Disziplin, ein bisschen Stärke. Mehr Stärke wäre, glaube ich, hier besser gewesen. Ihr ladet schneller mit Spezialwaffen nach, ne? Wenn ihr noch eine Schrotfinsel dabei habt, ladet ihr auch noch schneller mit denen nach. Also, ich finde eigentlich, dass das ziemlich gute Handschuhe sind, mit denen man viel Spaß haben kann. Auf jeden Fall. Dauer von Erleuchten noch erhöhen, in Passiven, wenn man dann Warlock spielt. Mhm. Dann noch natürlich, 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 ähm, hier strahlende Haut und so. Und dann kann man direkt, kann man direkt reinspringen. Ja, ja, reinspringen die Gegner, alles weg. Burnen, verbrennen, weghauen und, äh... Wieso, das, 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 das komplette Gegenteil, wenn man, wenn man jetzt, äh, Herz des Praxianischen Feuers spielt, dann, dann tut man eher die Granaten spammen, aus der Entfernung. Und hier kann man ruhig mal dicht rangehen, Nahkampf auspacken. Ja. Ja. Genau, das ist schon, die sind cool. Ich hab's auch mal getestet und, äh, hat echt Spaß gemacht, mit denen zu spielen. Müsste ich eigentlich mal wieder öfter machen. Ja. Ja. Also, hier, äh, für PvP, wenn ihr viel mit Morlock Nahkampf spielt, holt's euch, ne? Also, hier definitiv eine Kaufempfehlung. Zur Waffe, die Suros Regime. Der kennt sie nicht, wer wollte sie nicht schon immer haben. Ganz viele Leute. Ich glaub, es gibt immer noch viele Leute, die die noch haben wollen. Die ist irgendwie immer so ein Dauerbrenner irgendwie bei vielen Leuten. Ja, so ein Dauerbrenner. Also, früher wurde ausschließlich mit ihr gespielt. Sie wurde auch schon eine ganze Weile nicht mehr angeboten, was mich echt gewundert hat. Damals wollte ich sie unbedingt haben. Da wusste ich nicht, dass sie so OP ist. Ich dachte mir nur, oh, exotische Automatiker, wer, das muss ich haben. Und dann erfahr ich dann ein paar Tage später, oh, ist die geil, oh, mega, das Ding. Und, äh, was für die Schaden. Beim ersten Mal auch nicht gekauft. Ja, ich glaub, als sie das nächste Mal verkauft wurde, hat Jörg sich einfach drei Stück davon gekauft. Exakt für jeden Charakter einer. Ja, ja, das hab ich auch im Video gesehen. Da hab ich auch gedacht, okay, kannst du doch einfach in die Truhe schieben. Nee, 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 das Ding ist so geil, das brauch ich auf jedem Charakter. Aber gut, ne, ich mein, das unverkennbare Design, weiß-rot bei der Suros. Wir werden ja noch die Suros-Waffen bekommen. Suros ist ja ein Hersteller. Äh, da muss ich nochmal ein bisschen Eigenwerbung machen. Äh, Simi hat ein Video gemacht zum Suros-Paket, wenn ihr Infos zum Suros-Paket haben wollt. Das wird freispielbar sein, ganz wichtig. Ähm, dann geht mal unten in die Beschreibung und klickt mal das Video an. Wir kriegen nämlich ein komplettes Paket voll mit Suros-Waffen und einem Suros-Shader. Ja, hab ich gesehen, das Video, war gut gemacht. Äh, ich bin jetzt gerade im Erlegen, wer denn diese Verarschung gemacht hat. Diese McDonald's-Verarschung, dann so einen rot-gelben Shader gemacht hat, rot-gelbe Waffen und dann irgendwie so Big Mac, Pommes und so weiter. Und dann wird das ein bisschen veräppelt, ne. Okay, ähm, zur Waffe selber. Sie ist nicht mehr so stark wie früher. Bei weitem nicht, muss man sagen. Aber sie werden dann ein bisschen wieder stärker gemacht, die Automatik wäre, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wird nochmal ein bisschen angepasst. Sollten sie auch, meiner Meinung nach. Ja, ich glaube, es wird nochmal so ein kleines bisschen angepasst. Ich weiß nicht, ob die Suros dann direkt betroffen ist. Ich hab das nicht mehr so richtig im Kopf. Aber da stand auf jeden Fall, dass die Automatik wäre, dass die Balance, was Reichweite, äh, ich glaube auch, die, den Schaden angeht, äh, dass da noch ein bisschen was verändert wird. Ein Tickchen mehr Schaden sollte wieder dazukommen. Weil im Moment, wie oft sieht man heutzutage noch Automatikwehre im PvP? Fast gar nicht mehr. Siehst du noch Pistolen? Pistolen, Impulsgewehre. Pistolen und Impulsgewehre, ja. Ja. Also, das sind so die, die Waffen der Wahl. Ich hab überhaupt nichts dagegen. Ich hab sehr gerne früher mit Automatikwehren gespielt. Früher ausschließlich. Ich hab so gerne mit Automatikwehren gespielt, dass ich gar keine Sekundärwaffe gebraucht habe. Also Spezialwaffen, pfff. Nee, auch immer nur mit der Automatik, ja. Ja, ich hab dann so eine gehabt. Und dann, ich hab dann, ich glaube, ich hab das Day-One-Material nicht mehr aus dem PvP, wo ich dann echt mit, äh, 42 Headshot-Damage mit so einem stinknormalen, da hab ich auch Feuerfokus drauf gehabt. Irgendwie eine Cydonia AR3 oder so. War das, glaub ich. Mit Cydonia hab ich auch gespielt, in der Beta. Ähm, bei mir gibt's die Videos noch. Die ersten Videos, da kommt häufig ein Automatikgewert zum Einsatz bei mir, ja. Ja, also in der Beta hab ich nur damit gespielt. Da sind alle mit Automatikgewert rumgelaufen. Ja, und dann Feuerfokus drauf. Und dann hast du hier 42 Headshot-Damage verteilt. Das war schon ziemlich krass. Also es hat, es war extrem. Und heute ist der höchste Headshot-Schaden nicht im Eisenbanner bei 32, glaub ich, von der Suros. Nur mit der Suros, ja. Die anderen liegen alle drunter. Gut, mit, ähm, mit der zweiten Magazinhälfte dann, wenn du da ein bisschen mehr Schaden machst, dann kommt vielleicht noch ein bisschen mehr raus. Da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr raus, so. Aber, ähm, gehen wir nachher vom normalen Treffer aus, wenn das Magazin voll ist. 32, das ist schon 10-Damage-Unterschied pro Treffer. Macht schon echt was aus. Klar. Aber wenn man jetzt die ganzen anderen Automatikgewehre betrachtet, für die Menschen und wie die alle heißen, oder Monte Carlo zum Beispiel, die auch exotisch ist, mit 22 oder so, Headshot-Schaden, 23. Ich glaub, das geht sogar auf 24, wenn du auf Vollschlagkraft gehst bei Monte Carlo. Ja. Oder 22. Hat halt ein großes Magazin, aber wenn der Gegner gut ist mit einem Revolver oder mit einem Impulsgewehr, dann kommt man da sehr, sehr schwer gegen an. Ja. Also der Damage pro Sekunde ist bei den Automatikwehren aktuell einfach zu schlecht. Also zu niedrig, zu niedrig im Vergleich zu anderen Waffengattungen. Und das darf nicht sein. Das muss in etwa auf dem gleichen Level sein, damit du, das wollten sie doch eigentlich immer erreichen, damit du nicht sagen kannst, okay, das hier ist die aktuelle beste Version oder die beste Variante, mit der man spielt im PvP, sondern die Leute sollen mehrere Optionen haben und Automatikwehre sind es jetzt definitiv nicht mehr. Ja, guck mal, wie viele verschiedene Waffenarten es gibt im Spiel und im PvP sieht man nur zwei. Das ist halt, das darf nicht sein. Wenn es zu viele Waffen zu Angebot gibt, dann müssen die Waffen auch gleich spielbar sein, sag ich mal. Definitiv. Definitiv. So, jetzt mal zur Waffe an sich. Feuerfokus, sie feuert langsamer, macht mehr Schaden. Eigentlich ganz nett. Dazu ist sie auch ultra stabil. Ich zeige das hier einmal mit der Drifthilfe drinnen. Ich weiß gar nicht, habe ich dann immer zum Großkalibergeschoss zum Ausgleich benutzt. Ihr könnt hier die Stabilität maximieren und dann habt ihr Feuerfokus. Das Ding ist so ultra stabil und ihr könnt so präzise schießen, also auch auf größere Distanzen. Zumindest ging das früher sehr gut. Eigentlich richtig cool. Großkalibergeschoss, Hammer geschmiedet für mehr Reichweite oder Leichtgewicht, für ein bisschen mehr Agilität. Und zu Ross Regime. Unsere Hälfte macht mehr Schaden. Früher hat das ein bisschen anders skaliert. Ich weiß nicht, wie viel mehr Schaden die letzte Kugel gemacht hat. War das nicht sogar 80% irgendwie sowas? 70, 80% mit der letzten Kugel? Das ging immer weiter hoch. Und dann haben die gesagt, die haben das jetzt angepasst, mehr an halbvolles Glas. Das heißt, dass du das nicht so extrem hoch skaliert, also du nicht so ultra viel Schaden machst. Weil du konntest eigentlich mit drei Schuss im Argentin könntest du eigentlich noch Gegner killen früher. Das war schon ein bisschen extrem. Wenn du den Kopf getroffen hast. Ja, und Schaden gibt möglicherweise Gesundheit zurück. Das ist schon ziemlich cool. Ich habe die auch verdammt gerne gespielt, weil die halt so verdammt stabil war. Und die hat sich einfach so gut angefühlt beim Spielen. Man war so präzise damit. Man wusste genau, da ziele ich hin. Da treffe ich auch mit dem Ding. Und hat super Spaß gemacht, ja. Ja, ich war am Anfang, wollte ich sie unbedingt haben. Sobald ich sie dann hatte, war ich da nicht so ein ultra großer Fan davon. Ich habe schon sehr, sehr früh dann lieber nur mit Pistolen gespielt, also mit Handfeuerwaffen und anderen Waffen. Aber irgendwann, wenn man mal mit dir warm wird, dann ist das eigentlich schon eine sehr gute Waffe. Eine gute Allrounder-Waffe, mit der eigentlich fast jeder klarkommt. Wenn da eigentlich der verringerte Schaden wäre seit dem letzten Waffenbalance-Patch. Das ist schon ein bisschen nervig. Also da muss Bungie auf jeden Fall noch was tun. Wenn ihr sie noch nicht habt, da wird auf jeden Fall noch was getan. Es ist aktuell das beste Automatikgewehr, das man haben kann. Meiner Meinung nach. Noch immer, das Magazin, die macht viel Schaden. Sie hat ein großes Magazin. Nicht so wie zum Beispiel Verdränger, nur ein 22-Schuss-Magazin. Bringt es da nicht wirklich. Das ist so schnell leer. Und mit dem geringen Schaden, den man da hat, ist die Verdränger einfach unbrauchbar. Und hier mit der Suros kann man eigentlich noch ganz gut spielen. Man kann nur nicht mehr ganz so offensiv damit spielen wie früher. Was ein bisschen schade ist, aber gut. Zumindest läuft auch nicht mehr jeder mit der Suros im PvP rum. Das war schon ziemlich nervig. Ja. Was ich auch gut finde, dass Bungie den Sound nochmal überarbeitet hatte. Ich glaube bei Dunkelheit Lauert war das eingeführt worden. Der neue Suros-Sound. Also der ist nur beim Zoom da, ne? Ja, genau. Ja. Bungie war es ein bisschen nervig, muss man nicht vor sich zugeben. Gerade wenn jeder damit gespielt hat, war das im, ja, nicht zu überhören halt im PvP. Ja, ja. Du hast immer sofort gesagt, oh, Spieler kommt mit der Suros, passt auf. Aber wusstest du jetzt, hagelt es gleich Schaden. Ja, ja. Diese Nähmaschine. Ja. Genau. Das ist ein bisschen basslastiger geworden, der Sound. Auf jeden Fall besser. Gute Entscheidung gewesen. Okay. Soviel dazu. Wir haben ein Helmengramm. Mal wieder. Letzte Woche gab es ja Brust. Jupp. Jetzt gibt es mal wieder Helm. Hey, ist ja nicht so, als hätten wir schon lange keine Helmengramme mehr gehabt. Aber gut. Da auch nach Belieben zuschlagen, wenn ihr Helme braucht. Ich glaube, wir sind jetzt wieder so weit vorangeschritten in Destiny, was die, ja, also die meisten Leute haben eh schon alle Items. Ähm, von daher, schlagt zu, wenn ihr was braucht. Wenn nicht, dann lasst es. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auf 20 Minuten zu und beenden das Ganze mal. Jo. Ähm, wir hoffen natürlich, dass wir euch mal wieder ein bisschen helfen konnten bei der Kaufentscheidung. Und, äh, nächste Woche, ganz wichtig, da sind Simi und ich auf der Gamescom. Das heißt, ich versuche mal, Jörg zu überreden, dass er das Review macht. Er wird wahrscheinlich auch das XOR-Video machen. Und, äh, mit ganz viel Glück, kriegt ihr auch mal wieder einen Jörg zu hören in einem Destiny-Video. Ist ja auch schon eine Weile her. Ansonsten, viel Spaß dieses Wochenende bei Eisenbanner, Obsiris, Arena, was auch immer ihr spielt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Jo, von mir auch, schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao. Ciao.